Herzlich Willkommen zum unnötig komplizierten Interview, mein Name ist Big Nick aus der 89er RTL Morning Show und heute fighten wir gegen Lukas Rieger. Lukas, das wird das unnötig komplizierte Interview, ein Interview das unnötig kompliziert ist. Und zwar wirst du dich jetzt gehörlos machen, bevor du mich nicht mehr hörst. Einfach ziehen und dann versuchen wir quasi anhand unserer Lippenleserei festzustellen, wie die Frage lautet. Okay. Ich fange an. Okay. Kannst du dir vorstellen, mit einem Fan zusammen zu sein? Ja, warum nicht? Sind ja auch ganz normale Mädchen. Die essen gerne... Was essen die gerne? Was isst du gerne? Mädchen. Pilze? Okay, naja sehr gut. Hat er die Frage verstanden? Was muss ich machen, um noch mehr Follower zu bekommen? Du willst mit Followern pumpen? Das kannst du im Fitnessstudio machen. Fitnessstudio? Ja. Mehr Follower? Mehr Follower? Ja. Hast du mittlerweile mit Ariana Grande geflirtet? Hab ich... Ob ich Ariana Grande mag? Du hast? Hast du? Ich mag sie. Machst du? Mach. Top. Guck an. Da ist drauf. Echt? Ich mag sie. Machst du das wirklich? Ich mag sie. Cool. Wie findest du? Never call me back. Wie finde ich... Nochmal. Never. Niemals. Nicht. Call. Anrufen. Call. Me back. Wie findest du never call me back? Vielen Dank für das unnötig komplizierte Interview. Mr. Lukas Rieger. Dankeschön. Vielen Dank.